Die Wald- und Buschbrände im US-Bundesstaat Kalifornien wüten weiter. Trockenheit und heftige Winde fachen die Flammen immer wieder an. Allerdings könnten die Wetterbedingungen günstiger werden, sagte Ryan Walburn vom Nationalen Wetterdienst am Dienstag. Wir bekommen derzeit Berichte von Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern. Das heißt, wir kommen in eine kritische Phase. Die gute Nachricht ist, dass es, wenn wir diese Phase hinter uns haben, in den nächsten fünf bis sieben Tagen deutlich günstiger wird. Es wird ruhiger ohne Regen, aber auch ohne starke Winde. Gouverneur Gavin Newsom hat den Notstand für den gesamten US-Bundesstaat ausgerufen. Dutzende Häuser wurden zerstört, zehntausende Menschen mussten fliehen. Ein Feuer im Großraum Los Angeles hatte auch mehrere Prominente in die Flucht getrieben. Wegen des Feuers musste Basketballstar LeBron James seine Villa verlassen. Das gleiche Schicksal traf auch Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger. Er forderte die Bürger auf, den Evakuierungsbefehlen Folge zu leisten. Auch im Norden von Kalifornien hatten sich die Brände zuletzt ausgeweitet. Fast drei Millionen Menschen rund um San Francisco sowie dem Silicon Valley mussten ohne Strom auskommen. Das Ausmaß der Schäden, die durch die Brände entstanden sind, ist noch nicht abzusehen. es ... ... ...